Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X-Men Legends. Ich bin Marv. Wir haben in der letzten Folge hier oben so ein großartiges Quiz gemacht. Großartig. Boah, das war langatmig. Und dieses Mal werden wir jetzt hier mal wieder nach unten gehen. Und wir sind unten. Hat er nur, keine Ahnung, 20 Sekunden gedauert. So. War ich hier unten auch schon überall? Ich glaub schon. Rasen benutzen? Dieser Bereich ist im Moment gesperrt. Oh, der Rasen ist gesperrt. Kein Spiel auf dem Grün. Ich würd gerne eine Mission machen, Leute. Hier. Rogue. Hey y'all. Weren't you the new girl? Wow, cool costume. You've got to be an X-Men. That's right, hun. My name's Rogue. And you're a mutant. Yup. My power lets me absorb all kinds of things through skin contact. Other mutant powers, memories, even someone's life force if I'm not careful. But it only lasts for a short time and then I return to normal. Or at least as normal as I can be. Ja, ja, die gute, die gute Rogue. Where'd you get that accent? Come on now, sugar. Y'all don't mean to tell me a yank like you has never met someone from the south. I was in New Jersey once. Well, honey. I grew up in a little town. Am Mississippi-Ufer, okay. You're lucky. At least you've got a mutant power that's easy to hide. Oh, it's not that easy, Allison. I can never touch someone without taking something from them. Oh. I never thought of that. Was eine beschissene Superkraft. Once I bumped into Nightcrawler and I was blue for a week. Night who? Never you mind, sweetheart. You'll know him when you see him. Aha. Talk to you later. Don't be a stranger, y'all. Yo. Das ist ein merkwürdiger Akzent. Südstaaten. Vom Mississippi. So spricht man da also, ja. Interesting. Profi. Professor. X-Men Biografie. Nein, wir wollen eine Mission machen. Leute. Wo geht's hier los? Spieltipp. Äh, ist halt wunderverborgen. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ich würde jetzt gerne irgendwie mal wieder aktiv das Spiel benutzen. und nicht nur irgendwie hier wild durch die Räume laufen, sondern einfach mal hier auch was Sinnvolles tun. Iceman. Wow, die Szene hier. Du musst du Bobby Drake sein. Hey, es ist schön, dass mein Name hier rumgezogen wurde. Die anderen Mädchen erzählen dir, wie ein cooler Mann ich bin? Oh. Nein, aber Jean Grey hat mich auf dich gehalten. Oh, naja. Ach komm, ich will das hören. Ich habe gehört, du hast den Mutant-Puhr, dass alles sofort einiges französchen ist. Ja. Ich kann meine Körpertemperatur in der Luft um mich zu sub-zero Temperaturen verlassen. Es lässt mich mein Körper in einem protektiven Schild von Eis, das sogar Böcke kann nicht durchgehen. Sehr witzig, hm? Ja, auch so. Aber genug über... Das ist auch so schnell, das kannst du selber gar nicht lesen. Also ihr müsst einfach dann in dem Moment... Ihr müsst einfach in dem Moment pausieren. Ich muss schauen, ob ich das nachlesen kann oder so. Weiß nicht, woran das liegt, dass das so ist. So, einen Film will ich jetzt auch nicht sehen. Ich will eine Mission! Profi! Wo ist Racer? Xavier. Muss ich wieder unten in den Raum und dann diesen... diesen Computer da benutzen, eventuell? Probieren wir es einfach mal aus. So, unter Geschoss. So, Level ab machen wir später, wenn ich mehr Charaktere habe. Muss doch mal gucken. Mal speichern hier vielleicht. Jetzt, wo wir... die, ähm... dieses Quiz auch gelöst haben. Irgendwo war doch hier... Warte mal, ich kann doch irgendwie... Das war die falsche Taste. Wie war denn das mit welcher Taste? Da! Ne, das ist der Gefahrenraum. Da oben ist Cerebro. Hier. Da können wir eine Mission starten. Möchtest du eine Mission starten, bitte? Attention, X-Men. Meet me in the war room, immediately. Dann los. With the aid of Cerebro, I've learned the Brotherhood is en route to Alaska. It appears their destination is the facility for the High Frequency Active Auroral Research Programme, also known simply as HAARP. What would the Brotherhood want at HAARP? All that facility does is study the ionosphere. That, Cyclops, is what you must discover. The Brotherhood has become extremely active since their attack on Allison, which can only mean something sinister is in the offing. And whatever their plan, we must thwart it before they can set back the cause of human-mutant relations. The HAARP facility, eh? This will be an excellent opportunity to test the new cloaking device I've installed on the X-Jet. It should... Völlig unsichtbar. Ausgezeichnet, Beast. Ihr habt eure Mission, viel Glück. Tja, da war der Ton schon wieder weg. HAARP. Klingt, als ob jemand rülpsen würde. HAARP. So, das ist mein Team. Das kann ich hier doch einfach mal schauen, ob ich jetzt ein paar... Guck mal, Iceman hat auch drei Punkte zum Verteilen. So, direkter Schuss. Gefrierradius. Es ging innerhalb von zwölf Fuß gefrieren. Ab Level 15. Ab Level 3. Kalter Smash. Bringt kalten Schaden durch Nahkampfangriffe. Das haben wir ja mit Feuer, auch beim Magmarget Skill. Das ist gar nicht so schlecht. Er ermöglicht eigentlich mal in der Luft, ein Stück Eis zu skaten. Oh, cool. Auf einem Stück Eis zu skaten. Zähigkeit. Mutationsbeherrschung. Steigert maximale Energie. Kommt erst später. Eissplitter. Wirft Eisprojektile. Level 5. Bin ich noch nicht Level 5? Das ist Level 4. Oh Mann. Eispanzer. Auch Level 5. Level 15. Level 5. Level 7. Level 10. Level 10. Kritischer oder direkter Schuss. Steigert Schaden durch Distanzangriffe. Wahrscheinlich kritische Treffer mit Nahkampfangriffen. So. Angriffs- und Laufgeschwindigkeit. Das will ich auf jeden Fall für für Dings. Für Wolverine. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier gleich den nächsten haben. Lady Aurora. 5 Punkte. Was hast du denn jetzt hier, Feines? Den Blitz. Lässt einen Blitz den Gegner treffen? Kann schweißen. Der Blitz kann schweißen? Okay. Ab Level 5. Level 5. Level 15. Blitzraserei. Bringt Blitzschaden durch Nahkampfangriffe. Immer sinnvoll. Flug. Ermöglicht das Fliegen und verbessert die Beherrschung dabei. Das ist nice. Führung. Benötigt Level 4. Bonus auf Schaden und Kombo, wenn eine Kombo bei Anwesenheit im Team eingesetzt wird. Das mit den Kombo habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht. Da muss ich noch ein bisschen drauf hinarbeiten, glaube ich. Level 5. Sturmschild. Benötigt Level 5. 4. Braucht Level 3, um hier Blitzeingriffe zu machen. Das können wir doch schon mal machen. Wir haben aber kein. Doch hier ein Fokusverbesserer. Auf jeden Fall für dich, weil du viel im Fernkampf dran bist. So. Zielimplantat. Wahrscheinlich kriege ich die Schreiber während eines Distanzeingriffs. Ja, wie sinnvoll für dich. Muskelbeschleuniger. Auf jeden Fall. So. Agilitäts. Nanofaserpanzer. Und dann kann ich bei dem auch Punkte. Ich habe auch noch Punkte. Genau. Level 5. Heilfaktor nochmal. Ist ab Level 7. Schärfe. Nein. Wilde Randale. Benötig Level 15. Level 10. Level 10. Verständnis habe ich schon geskillt. Dann mache ich ein bisschen mehr Angriff. Krallenwut. Heilfaktor. Brutaler Slash. So, dann haben wir jetzt hier Krallenwirbel. Den will ich auf jeden Fall. Und wilde Wut. Bewegungsgeschwindigkeit plus 30. Agilität plus 5. Kostet 60 Energie. Macht mich jetzt nicht so wahnsinnig an. Heilfaktor braucht noch ein bisschen. Der braucht auch noch ein bisschen. Ach, ich habe gar keine Punkte mehr. Ich wollte noch welche ausgeben. Cyclops. So. Wir haben bei ihm den optischen Strahl geskillt. Dann können wir die optische Wut ab Level 5 10. Zähigkeit. Ab Level 10. Level 10. Das haben wir auch schon 6%. Wahrscheinliche kritische Trefferchance. Bein Nahkampf. Führung. Direkter Schuss. Steigert Schaden durch Distanzangriff auf 10 Fuß. Das war nett. Das braucht auch wieder Level 10. Vielleicht kann ich einfach mal ein weiteres Ding hier nehmen. Ein breit gestreuter Strahl. Kampfeffektivität. Kampfeffektivität. Ah ja. So. Basiszielimplantat. Iceman. Während eines Diskantanzangriffs. Ne, der macht doch. Ja doch, komm. Ist egal. So. Und du bekommst Shadowcats. Brauche ich wahrscheinlich Shadowcat selber, damit das geht. Aber wer ist Shadowcat? Nee, ich brauche Level 15. Okay. Hat sich alles erledigt. Haben wir denn jetzt alles bitte, Leute? Hier. Der kann noch einmal Fokus bekommen. Alle sind ausgerüstet. Passt. Los geht's. Hat ja nur 12 Minuten gedauert, bis das Spiel losgeht. Die Sensoren zeigen an, dass die Habeinrichtung eine Außentür hat. Es gibt also nur einen Weg hinein. Aber zuerst müssen wir an den Wachen der Einrichtung vorbei. Wenn wir drin sind, müssen wir die Bruderschaft finden und aufhalten und dann herausfinden, was die hier machen. Okay Team, wir brechen auf. So. Schön, schön. Kann ich speichern? Ja. Also wenn man so viel rumgestellt hat, sollte man immer rechtzeitig speichern, finde ich. Einfach damit man da keine weiteren Probleme bekommt. Ich kann sogar Forge aufsuchen. Ja. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt diese Runde, mache ich irgendwelche Quests. Aber es ist halt ein Rollenspiel, liebe Leute. Und in einem Rollenspiel kann sowas halt einfach wahnsinnig lange dauern. So. Oh, der wird 1485 Dinger bringen. Der ist aber auch echt gut, ne? Gegen Roboter extra Schaden. Nee, nee. Tja, Forge, wir gehen schon wieder. Du kannst uns jetzt hier nicht helfen. Wen will ich denn spielen? Iceman. Wie skate ich mit dem? Ich will mit dem Skaten. Uh. Das ist cool. Ist der dadurch jetzt schneller als die anderen? Ich glaube nicht. So. Oh, das ruckelt ja schon wieder. Wie blöd. Warum ruckelt das so stark? Lief doch die ganze Zeit rund. Immer wenn da irgendwelche Kampfszenen sind oder so. Dann, dann, dann bricht die Framerate absolut ein. Das Spiel wird langsamer und dann fängt es sich wieder. Und dann geht es wieder nicht. Und dann geht es wieder doch. Hi Wolverine. Was haben wir hier für einen Tipp? Charaktere können mit ihrer Kräfte auf einzigartige Weise ihre Umgebung beeinflussen. Probiere dies mit verschiedenen Kräften aus, wenn du die blaue Markierung fährst. Okay. Kommt da mal weg. Werdet mal Iceman hier so ein bisschen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ist er tot? Really? Und die anderen sind da alle runtergesprungen? What? Warum? Warum tut ihr das? Warum sterben wir alle? Was ein Ende für die Folge. Das war doch so ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen. Sind die alle hier gestorben? Und bin ich froh. Mann, bin ich froh, dass ich gespeichert habe. Das hätte ja, das hätte ja... Oh Gott. Alles gut. Die Folge ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.